hallo liebe freunde und herzlich willkommen warte warte hast du schon machst du fängst du an jetzt gerade ne fang noch mal neu an okay ich zähle mal nicht runter weil dann ja ich muss dann dann kann ich mich daran auf einmal einstellen ok dann zähle ich runter aber dann mache ich eine kleine pause ja gerne 321 die pause ist nicht klein ich mache eine kleine pause ich winke die ganze zeit okay komm ich meine kleine pause ich habe gerade noch mein mund nachgefeucht okay fertig ja gut dann geht's los in drei zwei eins hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu einer neuen freunde ja hallöchen hallo 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 ich habe schon viel zu früh hallo gesagt join auch auf dem server drauf habe ich das buch scheiße ich sehe es nicht ich sehe es nicht ich sehe es nicht ich sehe es nicht nein ich sehe es auch nicht das ist weg das kann nicht so eine verdammte kacke wir sind leicht gereizt das ist echt scheiße ja es waren schatten ist drei buch weißt du was das bedeutet wenn du das auf dem dia schwert sind wir einfach unfass unschlagbar ich hasse dieses projekt aber das ist wirklich scheiße das möchte ich nicht so was ich finde das uncool deswegen steige ich jetzt aus nein laut ist eine scheiße wir machen jetzt irgendwie weiter keine ahnung ich wollte jetzt eigentlich das buch nehmen und was verzaubern aber egal was ich jetzt auf jeden fall mache ist das gold reinhauen und äpfel machen weil wir haben die möglichkeit gold äpfel zu machen also nicht die ganz oberpowerten mit den gold blöcken aber mit den gold wachen pass auf tom ich hab dir gerade sehr aufmerksam zugehört aber mir ist aufgefallen dass creeper sehr sehr krass sind in diesem projekt das heißt egal was passiert creeper bitte versuchen zu meiden ja die also ich als zwei leute es gibt zwei leute die ja ich weiß aber es gibt schon zwei leute die von creeper gestorben sind ja aber die hat bestimmt keine eisenrüstung was wir auf jeden fall auch machen sollten genau also wir können jetzt mal kurz unsere pläne zusammenfassen also wir haben jetzt gerade schon vor der aufnahme ein bisschen diskutiert was wir machen wir brauchen auf jeden fall noch ja zauberungstisch viele haben gesagt wir sollen uns anstatt schwerter lieber rüstung machen aber ich sage mal so dann müssten wir auch erst mal mehr diamanten finden also ich denke es ist schon praktisch dass wir uns erst mal schwerte gemacht haben ohnehin nicht so allzu schlecht und ja dass wir jetzt aber unser buch verloren finde ich richtig ich finde es auch mega scheiße es ist mega scheiße richtig dünnschiss das ist also blöd bis zum aber ich habe drei äpfel wir können uns sogar richtig richtig gut ausrüsten ich mache erst mal für jeden einen apfel ja genau mach erst mal für jeden so ein op-apfel und dann würde ich sagen geordnen wir erst mal unser dankeschön ich habe keinen platz mehr im inventar ach aber hier willst du ein string haben ich finde ich so sexy wir können jetzt auf jeden fall auch weiter strippen mit dem string ist übrigens daran denken das fällt mir gerade auf ich habe gerade meine knochen gesehen wir sollten hunde suchen ja das genau das könnten wir nämlich machen in der folge weil wenn keiner auf dem server ist dann scheiß drauf dann lass uns hunde suchen dann scheißen wir auf hunde und wir haben uns einfach ein paar von oben hier sind noch fünf drin machen wir jetzt eben noch eine spitzhacke ich versuche wenigstens noch ich würde auch sagen ja okay dann ja sollen wir jetzt noch die jetzt finden oder übrigens diese puffer fische ganz kurz diese puffer fische die sind scheiße die sind die sollen angeblich gifteffekte haben also ich schmeiß die weg die ist man ja auch nicht man das ist ein kugelfisch den ist man auch in realität nicht ja doch es gibt menschen die essen kugelfische wirklich ja aber es ist krank es gibt so eine spezielle kochteck technik ja aber die haben ja nicht in minecraft mann du bist froh wenn ihr ein bisschen hühnerfleisch einfach so roh essen kannst ja ja das stimmt ja kochtechnik ja ich weiß ist ja gut ist ja schon mal ein bisschen crabback so und ich muss jetzt erstmal gucken dass ich hier vernünftig irgendwie klarkomme da setzt sich erst mal richtig hin ich würde ich sitze ich sitze richtig ich sitze richtig sitze richtig ich versuche jetzt hast du ein eimer oder wasser ich habe im eimer wasser ich habe gar kein eimer wasser kann ein eimer machen weil so wir sollten sowieso einmal ich habe ich habe einmal ich habe einmal ich habe einmal ich habe wasser und wissen einmal zum stop 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 wir lassen nach wir lassen nach wir müssen wir müssen uns konzentrieren was machen wir jetzt was machen wir jetzt meine weiter nach wir es okay sollen wir jetzt wirklich stunden ich weiß es nicht ja das ist macht keinen sinn wir sollten lieber die nutzen wir haben wir haben wir haben zwölf verzauberungen ja ich weiß nicht ob es so unsinnig ist also ich habe auch seit 100 jahren kein pvp mehr das war ich das war ich das war ich es tut mir leid ich kriege den schock meines lebens ich wollte doch hier ist was hier ist was war das ist schön ich habe wieder gold gefunden hier ist eine höhle umgespielt und jump let's play erst mal ja hast recht es ist sinnvoll ich werde gerade von wasser weggespült ich habe keine ahnung alter die sind ich weiß dass die ich habe mir die erste folge angeguckt ich weiß dass die unglaublich weit weggelaufen sind und ich höre eine spinne ich höre eine spinne das ist sehr gut soll ich mal fragen ob sie feiten wollen ja schreibt mal wir sind bei euch in der nähe schreibt mal wir sind bei euch in der der nähe ich habe übrigens schlimm leben und da ist ein creeper 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 ich sag mal nicht dass wir sie sehen mann alter du ich sneak kann man nicht vorwärts im wasser gehen das ist scheiße ja ich weiß ich habe das wasser auch zugebaut haben die was geschrieben schon nein ich habe gold gefunden okay ich auch das ist gut für goldäpfel kann es sein dass du direkt neben mir ja ich bin neben dir ich habe jetzt aufgehört das aufgehört youtube schade ja ich habe schon wieder schon wieder hat er aufgehört soll ich nehme jetzt erstmal doch wir brauchen lapis für nein nein das geht nicht mehr das ist 1 8 ich bin fast in die lava gefallen hast du irgendwelchen namen ich habe einen haufen dreck hier auf meinem ich habe ich muss ganz ehrlich sagen ich muss ganz ehrlich sagen dass ich einfach ansatzweise noch nicht einmal nach namen gesucht habe jetzt gerade das ist das ist aber nicht gut aber ich sehe einen namen der leiten haben geschrieben ja das bin wahrscheinlich ich zwei namen hüpfen sie es dann sind wir nicht ja ich würde jetzt am liebsten an die oberfläche und die einfach suchen und umschnitzeln aber jetzt momentan haben wir noch eine chance und wenn die sagen wenn guck mal wenn die diamanten haben wenn die diamanten haben und wie die jetzt umklatschen mit unserem poweräpfel und mit und mit dem goldschwert und mit der eisenrüstung dann kriegen wir dann kriegen wir aber die diamanten von denen verstehst du zumal es auch interessant wäre es wäre mal was was ja dann lassen wir kommen scheiß drauf wir gehen an die oberfläche und suchen die ich will aber noch einen goldapfel machen ja macht den gold apfel wir können uns ja pass auf wir machen jetzt aber das eisen aber wo sind die ja wir müssen wir müssen ja wir können entweder geben pass auf es gibt jetzt zwei möglichkeiten entweder wir suchen die jetzt oder 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 bist oder besuchen diamanten da kommen kommen machen wir mal ein bisschen spannung hier weil ich kann immer nur zu suchen hast du ein goldapfel schon ja okay warte dann lasse ich mir echt jeder weil ich sollte mal ein bisschen ordnung wir haben aber keinen bogen wenn die bogen haben ich habe ein bogen habe ich ich brauche hast du noch ein nein ich brauche nur noch wie viel strings hast du warte mal lass mal wie viel strings hast du verlassen jetzt diesen ordnen wie viel strings ein ich habe auch noch einen hier dann habe ich dir dahin geworfen bitte wenn wir jetzt aber gehen sollten wir hier diesen ambos nicht vergessen der den habe ich mitgenommen schon das ist gut gut das kann man wegnehmen wollen wir die öfen noch mitnehmen ja ich habe hier ist noch gold lass noch lass noch ein gold hast du noch zwei gold zwei gold habe ich noch kommen ein apfel machen wir uns noch einen können wir uns noch machen ja komm scheiß drauf hast du das gold ja da war doch noch grad was im ofen ach so ich habe gedacht das hast du schon du hast das gold jetzt auch eingesammelt ja warte ich pute das wieder da rein so jetzt da muss es noch zu ende brennen jetzt brennt ich in der zeit wo du den gold apfel machst nö in der zeit wo du den gold apfel machst dritt meine ich noch ein bisschen weiter ich habe einen pfeil damit erledige ich alles ich habe pfeile ich habe fünf noch hast du noch gravel dann könnten wir das so lange buddeln bis wir ein bisschen flint bekommen ja aber macht das jetzt sinn das können wir lieber an der oberfläche machen wenn keiner auf dem server ist oder na gut na gut okay ich bin hier fertig ich lege übrigens das auf die 1 obwohl ich lege das lieber auf die 2 ich habe übrigens gar nicht auf die 2 was auch immer du machst ich habe an das schwert auf die 2 weil ich schneller an die 2 dran kommen als auf die 1 an meiner tastatur und wenn ich wenn mich irgendjemand angreift dann ach so bist du ein ganz schlauer fuhr dann gibt es auch für feather so was denn jetzt was machst du ich stripp meine weile bist du fertig ja ok soll man es nach oben bauen ja ok wir gehen einfach unseren weg ja kennst du den noch ja wir gehen jetzt hier vor und dann muss irgendwo eine treppe kommen ok darauf vertraue ich ok dann gehen wir einfach mal zurück und suchen die treppe ich laufe mit einem gewissen abstand zu dir genau weil ich dich nämlich hasse nein nein so was sagt man nicht okay ich bin echt gespannt also ich habe ich habe nicht dass ich glaube nicht ich glaube nicht dass sie die in dieser folge finden weil die map einfach viel zu riesig ist aber auch diese sind die nicht in eine andere richtung ich habe zumindest nichts in unsere richtung laufen sehen warte mal hier sind wir doch runter gekommen hier 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 sind wir runter gekommen die sind in eine ganz andere richtung gelaufen da bin ich mir relativ sicher eigentlich ich schreibe nochmal caps lockt kommst du mit ich bin auf dem guten weg nach draußen das soll ich schreiben schreibt einfach nix kommt mit die reagieren da sowieso nicht drauf versuchst einfach dein glück das schöne ist lel alter ich komme nicht hoch ein zombie wir haben es geschafft übrigens meine maus irgendwie reagiert die total komisch hier ist ende das war man man dann lass uns einfach hoch buddeln ehrlich wie buddeln ja mein buddeln hier kannst du ewig schlagen ja willst du irgendwo schnellen ausgang geben ich glaube nicht dass wir jetzt relativ schnellen ausgang oder hier lang hier wo sind wir denn hier okay gut das macht so schön hier habe ich glaube ich gesehen war hier geht es noch hier geht es doch richtig hoch kommen wir suchen jetzt die haben wahrscheinlich angst weißt du die schreiben nichts weil sie angst haben uns jetzt einfach hoch buddeln ja ich habe fast aber gesetzt ich habe da war glaube ich was guck mal guck mal leicht rechts ich glaube ich habe daran auf jeden fall sneaken egal was du jetzt machst ja ich habe gerade so ein rauschen gehört ja ich auch da sind aber minecraft sound ja weiß es nicht eventuell gibt es da nicht auch so sounds dass die sagen spieler ist in der nähe hier ist dort kann sein dass wir gleich an der oberfläche sind was für sounds sollen das sein was ist oder ich bitt mir was ein was denn ich weiß nicht ob man ich weiß immer noch nicht ob man optify benutzen darf aber sei ganz vorsichtig oh nein ich habe keine pickaxe mehr das war ein geräusch ich habe keine pickaxe mehr da 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 nimm take it easy take it easy oh warte mal ich habe zombies es scheint auf jeden fall dann nacht zu sein weil ich glaube wir sind jetzt keine oberfläche und die zombie geräusche kommt von der oberfläche obwohl muss muss auch nicht sein man wir haben so gut wie gar nichts in dieser folge geschafft ja doch das ist es ja du kannst nicht immer davon ausgehen dass man selbst eine fackel jetzt sei bloß vorsichtig sei vorsichtig und wenn du wenn du die oberfläche erreicht sind die erst mal ein paar schritte zurück da ist die oberfläche kommen erst mal ein paar schritte zurück wenn da jemand ist und rein springt dann da ist ein skelett oh mein gott wenn wir glück haben wir mal bogen das ist alles voll mit zombies das wäre wahnsinn wenn wir jetzt rausgehen das wäre wahnsinnig toll alter ach man ich weiß es ist ein traum nicht von hinten zu sehen aber es ist auf dauer lang scheiße was soll man denn jetzt machen wir können weiter ja dann lass uns aber runter bauen einfach so komplett bis auf ebene 13 wieder das ist ja im grunde kein großer verlust ich gehe jetzt einfach so runter und dann bauen wir an der treppe in der nähe von der treppe weiter dass wir immer wieder sofort hochgehen können wenn jemand in die nähe kommt weil jetzt schaffen wir sowieso gehörst du dir hier hin und dann komm zurück wir machen erst mal machen wir hier erst mal machen wir hier so eine fackel so dass meine spitzsacke übrigens ich kann gar nichts machen wir tun so als wären wir hier zack hier wäre ende und dann baue ich das zu war da hier kriegst du die hier zack weil jetzt habe ich dir das so gefakt weißt du also die denken jetzt vielleicht wenn die von anderen seite kommen dass hier ende ist weil ich habe die fackel direkt an den stein gesetzt und dann setze ich hier ein bisschen gravel hin zack und hier bauen wir uns jetzt runter ich werde doch nicht auch mit dem gravel achso nein nee deswegen aber das geile ist halt wenn jetzt wenn wir jetzt von oben wenn wir jetzt jemand auf den server kommt dann können wir direkt nach oben durch starten und die dann weg kloppen weißt du das ist der plan du musst jetzt nur runter bauen ja okay also 22 schritte genau das wird aber blöd sein weil einer wird jetzt immer im weg sein nee warum du wirst im weg sein ja weil wenn du dich wenn wie willst du jetzt zu mir runter kommen wo immer schreitet man was nicht das ist voll ätzend dies voll wasser ich habe gerade kein wasser ja das ist ganz schlecht weil wie willst du dann in diesen hier runter kommen wenn du sprichst bist du bist du tot wir sind eh gleich weg ich verstehe nicht was du nein doch nicht so runter bauen was meinst du denn dann einfach eine treppe runter bauen so wie wir die hier gebaut haben das dauert doch das dauert auch guck mal jetzt sind wir sogar weg ja ich bin jetzt auch weg das war ein bisschen so deine aufnahmezeit ist aufgebraucht du wurdest deshalb gekickt das erste mal glaube ich oder ne das letzte mal war das auch so wo wir unser buch verloren haben ja genau das wollte ich ja gerade sagen die szene kann man nie wieder vergessen so dank fürs zuschauen wir hoffen natürlich es hat euch gefallen wie wir an die oberfläche gekommen sind und die nächste folge werden wir 17 diamanten finden man muss man muss einfach sagen wir haben in den ersten drei folgen vollgas gegeben und haben jetzt einfach nur den anderen ein bisschen vorspruch also dass sie mal wieder ein bisschen nachkommen können ja das könnt ihr auch gerne den anderen leuten sagen wenn ihr andere videos guckt oder so dann schreibt einfach unter die videos zander und schaffel lp die werden euch sowieso kaputt machen weil weil die so die besten sind fertig weil wir mischen keine szene auf wir sind die szene aber trotzdem richtig überhaupt nicht arrogant aber auf jeden fall wir ja ist egal tschüss bis zum nächsten mal bis dann haut rein ciao